Die mechanische Ausstoßleistung einer Blasstation der Conte Form 3 beträgt nun 2250 Behälter pro Stunde. Um diese hohe Leistung realisieren zu können, haben wir die Blasstation komplett neu entwickelt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, setzen wir neue Materialien und Systeme ein, denn die Zuverlässigkeit und die Topflaschenqualität ist uns natürlich hier extrem wichtig.